So meine Damen und Herren, wir beginnen da mit einem kleinen Suchspieler, wo ist der Karl-Günther-Gusturfer-Jusse-Jonsson, ja. Äh, man weiß es nicht, so, ha, da ist er ja, witzig. Äh, zurück GTA, bla 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 bla, ihr kennt den ganzen Scheiß, äh. Letztes Mal haben wir verkackt, und das machen wir ganz mal nochmal. Du bleibst stehen, das ist sehr nett von dir. Könnte ich dir fast einen Handkuss zuwerfen, aber auch nur fast, weil du bist eigentlich schon ziemlich behindert. Wie gesagt, fast. Äh, das zählt ist ja immer noch. Ist mir aber egal, wo muss ich hin, ich muss links lang. Kann nicht, kann nicht, pass auf, pass auf, pass auf, zack! Der Baum war am Weg, gibt einen Strafzettel, kannst du glauben, ey. Unverstehen zu was. Da, da, ba, da, ba, da, ba, 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 ba. War die... Okay, die waren schein... Ja, gut, die waren natürlich da, die Diamant, die Mission, ich nenne das immer Diamant, keine Ahnung, ob das Diamant ist. Oder irgendein, so, ne, so ein Piss, keine Ahnung, was weiß ich nicht. Was ich, äh, das denn, ja? Äh, man muss doch ehrlich sagen, äh, man weiß ich nicht. Ja, doch, sollten Diamant sein, weil Caligulas, und hier bling, bling, ching, ching, und äh, ching, ching, bling, bling, und keine Ahnung. Win, 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 wir haben gewonnen! Hallo, 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 willst du vielleicht auf die Fresse? Willst du auf die Fresse, hä? Komm, komm, wer sagt die Fresse, wer sagt die Fresse? Entschuldigung! Abgemurkst. Es war jetzt ja auch keine Absicht an sich, so, mein Freund! Willst du Stress? Krieg's, komm, krieg's voll, voll rein, ey. Wollte sagen, krieg's Headshot, aber das war da ein bisschen, äh, fail. Minimal. Intensive Care, blablabla, blablabla, hoffentlich können wir die Fahrt bis zum Krankenhaus überspringen. Aus, aus Faulheit nur mal prinzipiell. Einfach so. Das haben wir schon mal geklärt, dass du eigentlich schon ziemlich, ziemlicher Loser bist. Ey, das Taxi nehm ich doch gleich mit. Oh, hoppla. Leider kann mir noch keine Taxis so richtig nehmen Mit Zahlen und irgendwo hinfahren Es geht leider erst in späteren GTA-Teilen Okay, nein, man kann nicht überspringen Es geht erst in GTA 4 geht es auf jeden Fall Dass man bis zu gewissen Orten fahren kann Natürlich gegen Geld und wenn du Glück hast Und unter gewissen Umständen muss man auch gar nichts zahlen Aber mehr sage ich nicht Ich werde nicht spoilern, falls ich es doch noch zocken sollte Wenn es mal für einen besseren PC reicht Irgendwann mal ausnahmsweise vielleicht Und man weiß es nicht, auf jeden Fall Was schlabisch eigentlich? Was schlabisch, du? So sieht es nämlich aus Warte, jetzt nehme ich mein Motorrad Mit Motorrad bist du viel mobiler Als mit so einer anderen Billigscheiße da Zack Dankeschön Diese Autos mal wieder despawned Das kennen wir ja schon Da sind wir gut drin, ja Kann ich jetzt bitte nicht abbrechen Mr. Sendako Mr. Sendako, there must be some mistake Ein Ambulanz hat ihn aufgenommen Oh ok, dankeschön Dankeschön Und damit Machen wir weiter Jetzt gibt es hier dicker Verpress Ich weiß nicht mehr welcher ich genommen habe Scheiße, ich nehme ihn mit drin Ich nehme ihn mit drin, einfach aus Prinzip Ich nehme ihn mit drin Ich nehme ihn mit drin, weil ich es kann Scheiße, Dreck, Wichser Ich habe nicht gesagt Wichser Ist der eigentlich so dumm auf ein verschissenes Kackmotorrad zu steigen Ich glaube nämlich schon Wo fahre ich hin? Ich fliege nicht durch So, das war schon wieder totaler Abfuck Was ich hier gebracht habe Ach, fick dich So ein behinderte Scheiße Ohne Witze Da kann ich wieder kotzen Wenn es schon wieder so gut losgeht Ich glaube ich weiß jetzt auch Warum letztes Mal Musik drin war Die ich eigentlich rausgelöscht hatte Ich habe die Hoppla Ich habe die Originaldatei immer noch im Ordner drin Aber GTA sagt mir Hoppala, hoppala, hoppala Was soll denn das hier meine Freunde Also GTA sagt mir Das wäre eine Verknüpfung Und dann mache ich die Originaldatei Nein, ohne Verknüpfung Wenn man nur die Verknüpfung löscht Dann sagt sich GTA Ja, da ist ja was drin Ja, das nehme ich Und äh, fuck Ist ärgerlich Jetzt steigst du auf dieses kacken Motorrad, bitte Dummheit in einer neuen Dimension Carl Johnson So komme ich da durch? Ne Ach, ich wäre durchgekommen Scheiße, ich muss nach links irgendwie Warte mal, bin ich hier nicht Hier ist doch Bin ich hier nicht gestartet eigentlich Willst du mich eigentlich verarschen? Genau hier habe ich angefangen So ein Piss Ja, man merkt, ich bin gut im Spiel Ich bin ein echter Pro Naja, aber auch nicht zu viel Ich mache euch kaputt mit meinen Skills Ich, das Fick Da war eine Da war eine Auster Ach, fuck Jetzt kann ich sie nicht einsammeln Weil ich diese Wichser da verfolgen muss Zu welchem Dings Will ich eigentlich? Entscheide ich mal Tukaloni, ein Vollexperte Wohin? Egal, hauptsache weg Spaß Nein Ach, fick dich Fuck Jetzt muss ich da doch nicht echt rüberfliegen Und mir so einen Kackwagen hier klauen So, du kommst her Danke für Ihre Unterstützung Der Carl Johnson GmbH und Co. KG Und äh Ich bin da mal weg Ich werde doch nicht mal einen Kackwagen hier kriegen Ich muss jetzt wirklich treffen Sonst habe ich verloren Es ist so und nicht anders leider Wenn ich jetzt verkackt Dann habe ich wirklich verkackt So, da komme ich vorbei Ja, an euch komme ich allen vorbei Ihr seid ja nicht das Problem Der auf der Brücke Das war der, den ich letztes Mal wollte Und das ging nicht Weil da die Zeit abgelaufen war Also die imaginäre Zeit Also Kannst ja nicht Zeit nennen So, wo ist denn der? Da hinten Die faule Sackrate Der geht sich mal auf die Flasse jetzt Der ist es Wenn es der nicht ist Dann ist es der nicht Logic over 9000 Und BÄM Was? Willst du mich verarschen eigentlich? Wichser Wo soll ich jetzt lang? Klasse Supergeil Ich habe voll die Ahnung Was zu tun ist Gibt es die Lücke in die Fresse rein Haha Witzig Spiel Ich lache gleich Wenn es einfach ist Dann machst du es selber Ich komme hier nicht Du willst mich doch verarschen Dieser Kackwagen hat sich drauf Jetzt fliege ich hin Ne, da ist es mir jetzt auch scheißegal Ich werde den Wagen aus der Luft schnappen Interessiert mich gerade ein feuchten Scheißdreck Wenn es der nicht ist Dann springe ich ihn in die Luft Auch wenn er Nein, ist mir egal Danke Yeah Boom, 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 boom Was? Was bitte? Ihr habt den doch jetzt nicht echt Ihr seid doch solche Wichser Ihr seid doch solche Scheiß Wichser Ey, warte, du hast da was Das ist eine Granate Oder Rakete Oder was auch immer Oder Machete Oder Oder Trompete Oder Spasten Und am Ende Was ich der Sindaco Den Wichser getötet hat Aber ich weiß nicht Kann gar nicht sein Das ist doch nicht möglich Ja So, warte, warte, warte Jetzt setze ich mir mal Verschissen in den Wegpunkt Weil das So kann es ja nicht angehen Und warte Wo war ich jetzt hier irgendwo Da, da war der Wegpunkt Da sind die Da sind die Flachwichser Das merke ich mir Kannst du aber glauben Es läuft doch alles super Es könnte doch nicht besser sein Im Handumdrehen war ich die Mission Ja, klar, meine Du, warte, jetzt mal, mein Freund Ja, siehst du Watch out, guys We got a badass over here Ja, und Ja, und jetzt Obacht We got a black ass over here Ja, ohne Witz Jetzt mal Black, weil er schwarz ist Und, äh Black und, äh Das war Fuck Kann man auch nix machen Hey du, wo ist du überfahren? Tut mir leid Ruf mich an Anmache, level Carl Johnson Ruf mich an, warte, 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 warte Nein, 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 nein Fick dich, ich wollte das scheiß Motorrad haben Vollarsch, ey Könnte ich mich nicht das Motorrad haben, na War ich, war ich gerade in der Hecke Lol, Hecke Wusste ich gar nicht Das hätte mir doch sagen können, dass ich die scheiß Hecke durch kann, du erwart Unfassbar So, das ist noch ein Motorrad dahinter, da kralle ich mir schnell in der G-Dart Kann ich es direkt davor parken, dann nehmen wir das gleich mit Ist es ein gutes oder ist es ein Piss? Ja, ist schon ein ganz guter Piss Hoppla So, jetzt Kabel rein Äh, seems legit Wir haben ja Spaß, wir haben noch Spaß Zack So, dann kommt immer mal her, ey, ey, wixern und gibst immer dick auf die Kauleiste, ey Und rennen Johnson rennt um sein Leben Brauche ich vielleicht mehr Glücksspiel-Skill? Ja, so viel Glück hatte die aber leider nicht, ne? Ja, das tut mir jetzt auch leid Fast, ein bisschen, naja, eigentlich Ne, eigentlich nicht, nein, 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 nein Oh, was ist, bla 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 bla, wo ist das, mein Motorrad? Ich hab's gewusst Hättet ihr nicht gewusst, dass er mein Motorrad war, aber ich hab's gewusst Ja, wie wissen Sie zwischen, war denn wo, what the? Ach, ich muss ja erst zum, ich dachte schon, wo sind die roten Punkte für die Krankenwagen Fuck Fuck, ey And traffic lets me ride in the head Da 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 head What the fuck, ey Bisschen Arschlaufen oder wat, Jungs Boom, 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 boom Kommt nur mal nach Hause, ey, ah, ingehrig, ich muss jetzt sterben Ey, du Deine Kollegen sind schuld, wenn ich bei den gefälligst, ja Mit dreifachem Durchschlag, ihr sehr geehrte Kollegen, dessen Name ich nicht kenne Ja, ihr habt mich getötet Das gibt auch mal eine dicke Platzwunde, also der, der war dick, der war dick Bum, 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 bum Bum, 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 bum Alter, jetzt kann ich diese verschissene Szene nicht überspringen Hallo, Sir, kann ich dir helfen? Ja, ich will eine Pick-up, Mr. Sendako Mr. Sendako Mr. Sendako There must be some mistake An ambulance just picked him up Oh, okay Thank you for your help Thank you for your fucking help, lady Und dann gehen wir mal zu Dingens hier Und dann gibt's jetzt mal hier, weißt du Da ist ja wohl gar keiner, nee, ist der ganz linke, oder wat, wieder? Wir fahren mal zu unserem Punkt, wir werden's schon richtig gemacht haben Yes Yes, free margarita lol Ich hab' mir meinen Dorb geklaut Nein, was, äh, macht keinen Sinn Warte, warte, jetzt nehme ich meinen Wagen Ja, da kannst du jetzt, da kannst du jetzt, da kann ich dir flüstern So, da kann ich dir flüstern Das ist er, das ist er ganz sicher Diese Schweine erkenne ich doch von hier aus 100% sind sie das 100%ig Gibt es das aufs Mara Was? Willst du mich verarschen eigentlich? Flach Wichser, ey Ja, der ist echt die Mütte in einem sein Feistrick muss in einem anderen sein, weißt du? Weißt du? Der ist genau da drin, wo ich will, dass er drin ist Der Arsch Nein War zu weit So, müssen hier rum Müssen da irgendwie rumkommen, logischerweise Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich nur tun? Soll ich sparten? Oder wachen? Oder, ey Mich ein bisschen ausruhen? Was? Nein Du, 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 du Geh da mal weg, Jungs, bis jetzt zu erledigen, ihr wisst bescheide So, da kann ich durch Hallo, Musik vielleicht mal Du, 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 du Eh, du ist Prinz of Fershal, genau hab ich ja noch eingeführt, ha The Forgotten Sands So sieht jetzt nämlich aus, das ist ja, komm Das wäre doch jetzt wohl sein. Das kannst du keinem mehr erzählen. Das ist doch nicht mehr feierlich sonst. Dankeschön. Ja, jetzt kann ich auch nicht schießen. Das heißt, Sindaku kann nicht sterben. Es sei denn, die töten ihn wieder. So. Oh, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Sehr schön. Sehr schön. Das war Weltklasse. Ja, das war fucking Weltklasse einfach nur. Und zack. Das sollte so nicht, aber naja. Und zack. Ich muss dran denken, rechtzeitig den Gesundheitsschied einzugeben. Was der Wagen hier am liefern ist, ist nicht mehr feierlich, ja. Weißt du? So, zack. Wie oft soll ich denn noch rammen, Mann? Was wollen die? Jetzt wurde ich fast abgelenkt von dem Kackteil da. Und jetzt komm und zack. Ey, die müssen doch irgendwann mal aufgeben. Die müssen doch irgendwann mal wissen, dass man mit Karl the fucking man Johnson nicht scherzt. Warte. Zack. Das war Weltklasse-Timing einfach nur. Ich will ja den Preis verdienen für. Und zack, komm. Ich wundere mich trotzdem, wenn der auflöst, der hält schon ein bisschen viel aus eigentlich. Zack, komm. Jetzt schnell wenden und dann haben wir das. Die hätten sich den Dacu schon längst töten können, diese Vollidioten, ey. Dumm. Ja, komm. Wir können doch durch die Hecke durch, oder? Dankeschön. Hab ich gelernt, oder was, ey? Du gehst weg? Da kann ich doch nichts dafür, wenn die so am Abspacken sind. Dumm, 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 dumm. Wir sind doch wieder bei Caligulas hier. Ey, da mach ich kaputt, ey. Schöhohe. Hafefehl. So. Gebt endlich auf, ihr könnt nicht gewinnen gegen Karl-Mann-Johnson. Dumm, dumm. So. Wie die drehen um? Was soll denn die Scheiße? Wir können noch 30 Minuten fahren, ich hab da kein Vollid mit. Zack. Ja, also wenn mich keiner... Hoppla. My leg, my leg, my leg. Und meiner. Ich soll ihn zu einer Fleischfabrik fahren. Ha, 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 ha. Evil Mind. So sieht's nämlich aus. Radio Gibbett, wie er nicht überwachsen. Das ist wie so ein Pisswagen da, wo ich keine coole Musik anstellen kann. Ich mein, also nicht, dass ich coole Musik... Ich mein, ich hab coole Musik, aber keine von mir selber. Die ganzen Vorschläge sind cool, aber meins halt leider nicht. Oh. Trauriger Wagen ist traurig und... Kommt eigentlich noch Verstärkung, oder sagen sie sich Jungs... Pfff, Abpfiff, brauchen wir nicht. Ja, das sieht doch nach Verstärkung aus. Warum kann ich nicht einfach meine Fresse halten? So, den Officer hat's erwischt. Geschieht ihm auch nur recht. Der hat irgendwie was mit Frank Tenpain zu tun. Der hat immer den gleichen Beruf. Der muss ein Arsch sein, einfach. Logic over 9000. Wenigstens hab ich diesmal einen richtigen Kackwagen gewischt. Mal schauen, wann er realisiert, dass wir es jetzt. Hey, wir sehen ihn, sehen wir ihn? Hey, da sitzt ja, die alte Pottsau. Der Syndaco, der alte Wichser. Ich sei einfach mal wach in unserem Kofferraum und merkt nicht, wie er hat. So, da müssen wir jetzt irgendwie hoch. Den Zaun, auch den machen wir doch. Den können wir doch mit ein bisschen Anlauf ganz locker kaputt machen, aber... Und... Fuck, da ist der Hecke hinterher. Ach, scheiße, natürlich, Hecke können wir natürlich nicht zerstören. Klar können wir Hecke nicht zerstören. Ich meine, sicher können wir Hecke nicht zerstören. Hier können wir durch, so. Da geht's durch. Lol, Noob. Da hat er wohl gar nichts drauf, irgendwie. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm, dumm. Das war eine Tonleiter in Dumm-Dur. War eigentlich eher in Dumm-Moi, weil es schon ziemlich traurig ist, wie dumm ihr seid. Ihr wisst, auf was es hinausläuft. So, zack. Hey, Johnny, how are you feeling? I didn't think he was gonna be discharged until tomorrow. Jetzt erstmal aus dem Wagen aussteigen, weil ich will Musik und keine Kack-Sirene, die ihr dauernd am Nerven ist. So, jetzt pass auf, ja. Also, pass auf. Nein, hallo. Dürfen wir mal kurz vielleicht voll sparten. So, irgendwann brennt das Teil und dann haben wir das erledigt. Brenne schneller. Explode. Es dauert auch nur ewig, bis das Teil explodiert. Wir helfen mal nach. Zielen und... Gut, drei, zwei, eins. Äh, 0,5. 0,25. Ach, komm schon! Geht doch. Hey, Feuerwehr, cool. Ihr habt ja was im Gesicht. Gleich, wartet, wartet kurz. Ihr habt ja gleich was im Gesicht. Jetzt habt ihr was im Gesicht. Das ist eine Rakete. Boom, 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 boom. Wir nehmen uns mal Quad-Bike. So, einfach mal. So, zack. So. Und dann geht's mir wieder zurück. Können gleich speichern. Ist hier abgeschlossen, oder können wir da irgendwo durch? Äh. Ach, hier war das. Da, wo... Ja, genau. Äh, das war hier, wo war... Die Mission, weißt du? Hier, hier, die, drin. Wo wir diese komischen Chipsteile kaputt machen mussten. Weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Naja, also es war jetzt nicht gestern, aber... Es war so in letzter Woche ungefähr. Innerhalb der letzten Woche.